Hi und herzlich willkommen! Heute möchte ich euch einmal eine Fläche von einem unserer Kunden zeigen, die sich gerade im Umbau befindet. Für die Adform Germany haben wir knapp 500 Quadratmeter Bürofläche inmitten der Innenstadt gesucht. Fündig geworden sind wir am Ende im wunderschönen Hanseviertel. Ursprünglich ist das komplette Haus von der Hansestadt Hamburg genutzt worden. In Zukunft findet sich im Erdgeschoss, wie schon gesagt, eine Softwareentwicklung, die die Flächen einmal komplett von links auf rechts gekrempelt hat. Moderne Arbeitswelten entstehen, wo junge, talentierte Mitarbeiter in Zukunft ihrem Business nachgehen werden. Aktuell werden die Räumlichkeiten für Adform noch komplett neu ausgebaut. Ziel ist es, eine gekonnte Mischung aus offenen Bereichen, aber auch abgeschlossenen Räumlichkeiten zu schaffen. Natürlich mit der Idee und mit der Maßgabe, dass das Ganze am Ende modern und cool aussieht. Wie die Räume vorher ausgesehen haben, seht ihr einmal hier. Unsere Aufgabe von Hello Monday ist es, solche Potenziale zu erkennen und unseren Kunden aufzuzeigen. Was am Ende hier möglich gewesen ist und wie die Räumlichkeiten fertig aussehen, das seht ihr jetzt. Bis zum nächsten Mal.